Ein 18-Jähriger soll in der Nacht zum Sonntag im oberfränkischen Mistelbach ein Ehepaar erstochen haben. Bei der Tat waren auch die vier minderjährigen Kinder der Opfer im Haus. Die Hintergründe der Tat völlig unklar. Peter Johannsen und Nadine Janz. Hier in diesem Haus soll der 18-Jährige Felix das Arztehepaar getötet haben. Die beiden Opfer, 51 und 47 Jahre alt, hatten Stichverletzungen. Am Nachmittag wurde der junge Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Vorwurf zweifacher Mord. Nach ersten Erkenntnissen gingen wir einer Spurenlage nach, dass es sich um einen 18-jährigen Tatverdächtigen handelt. Er ist wohnhaft im Landkreis von Bayreuth. Wir gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass er Kontakt pflegte mit der ältesten Tochter der Familie und befand sich deswegen in der Nacht in diesem Wohnhaus. Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie Hilferufe aus dem Haus hörten. Die Polizei findet das leblose Paar und fahndet mit Großaufgebot nach dem Verdächtigen. Der stellt sie Stunden später selbst bei der Polizei. Offenbar kam es wegen der Beziehung zur Tochter häufig zum Streit mit den Eltern. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ihm drohen zehn Jahre Jugendstrafe. Besonders erschütternd, auch die vier minderjährigen Kinder waren zum Tatzeitpunkt daheim. Sie werden aktuell von Notfallseelsorgern betreut. – Danniode – Sie werden aktuell von Notfallseelsorgern betreut. Er hat einen Applausseelsorgern betreut. Er hat rausgelegt, bis zum Tatortseelsorgern betreut. Er hat eine Überstelle muss in der Zeit, bis zum Tatortseelsorgern betreut. Er hat einen Schäufer abgelennt, sondern er hat ihn in der Zeit verurteilt. Vielen Dank.